So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Spellbook. Das Spiel ist ab 12 Jahren empfohlen, es dauert so ungefähr 45 Minuten und ist für 1-4 Personen. Und ich werde euch das Spiel jetzt einmal mit dem Solo-Modus zeigen. Das Spiel hat fast keine Interaktion zwischen den Personen, die das Spiel spielen, deswegen funktioniert das mit dem Solo-Modus auch absolut hervorragend. Hier ist einmal das Spiel aufgebaut für den Solo-Modus. Und das hier sind diese Zaubersprüche, die wir eben in unser Spellbook schreiben können. Die können wir also lernen. Und hier ist die Hilfekarte, das hier ist der Altar, wo verschiedene Materia gelagert sind, also Elemente, die wir brauchen, um die Zauber zu lernen. Das hier ist meine Ablagetafel, wo ich auch Spielsteine sammeln kann. Und dann bekomme ich hier halt Punkte dafür im Spielende. Wenn ich hier den letzten Stein hingelegt habe, ist das Spiel zu Ende. Oder wenn ich alle sieben Zauber gelernt habe. Hier sind immer drei Stufen, Level 1, Level 2, Level 3. Wenn ich jetzt einmal zum Beispiel Level 1 gelernt habe, kann ich die anderen Level in der Regel nicht mehr lernen, außer irgendein Zauberspruch laupt mir irgendwas anderes. Und ich brauche immer drei, vier oder fünf Ressourcen. Hier auch drei, vier oder fünf Ressourcen. Das sind die kleinen Punkte hier der entsprechenden Farbe, um diesen Zauberspruch lernen zu können. Am Anfang ziehe ich aus diesem Beute hier schon mal zwei zufällige Ressourcen. Das sind meine Startressourcen. Hier haben wir auch schon gleich einen kleinen Faktor Glück bei dem Spiel. Ich habe jetzt Glück, dass ich zweimal die gleiche Ressource gezogen habe. Das ist nämlich die Ressource, die ich hierfür brauche, um diesen Zauber lernen zu können. Das sind jetzt auch die sieben Startzauber. Erkennbar daran, dass wir jeweils nur so einen Punkt haben. Es gibt noch sieben Zauber der Stufe 2. Und außerdem gibt es auch noch Zauber der Stufe 3. Man soll mit den Zaubern hier anfangen. Danach soll man dann Level 2 spielen, dann Level 3. Und dann spielt man es so, dass man die einfach alle mischt. Ein Spieler zieht halt sieben Stück und die anderen suchen sich dann auch die sieben raus. Und dann spielen halt alle mit der gleichen Kombination an Zaubern. Und der Spiellauf ist am Anfang sehr monoton und eintönig. Weil es ist ja, wie ihr seht, schon so ein kleiner Engine-Bilder. Weil ich schalte mir hier neue Fähigkeiten frei. Wir haben drei verschiedene Phasen. Immer den Morgen, das ist dieses Symbol. Den Mittag, das ist dieses Symbol. Und den Abend, das ist dieses Symbol. Und bevor ich diese zusätzlichen Aktionen ins Spiel bringen kann, muss ich erstmal die Ressourcen sammeln. Das heißt, der Anfang des Spiels kann sich so ein bisschen ziehen, weil da passieren noch nicht viele spektakuläre Dinge. Ich habe mir dazu auch ein Video angeguckt, wo das jemand vorgespielt hat. Und ich bin relativ schnell ausgestiegen, weil der Anfang halt super langweilig ist. Aber hier dürfte es jetzt eigentlich relativ schnell in Gang kommen. Ich kann jetzt, wenn ich dran bin, einfach eine Morgenaktion machen. Das heißt, ich kann entweder die einer Karte machen, wenn ich den Zauberspruch gelernt habe, habe ich noch nicht. Oder die Standardaktion. Die Standardaktion ist entweder hier einen Stein vom Altar nehmen oder zwei zufällige aus dem Beutel ziehen. Ich würde jetzt einfach mal den Stein hier nehmen und in meinen Vorrat legen. Ich darf nie mehr als neun Steine hier im Vorrat haben. Jetzt wäre die Mittagsaktion. Da könnte ich jetzt entweder eine der beiden Aktionen von dieser Karte machen, wenn ich das schon freigeschaltet hätte. Oder ich dürfte die Standardaktion machen, eine Ressource hier lagern. Jetzt würde ich halt einen Punkt am Spielende bekommen. Möchte ich aber noch nicht machen. Denn ich sage jetzt, okay, nur weil es ja auch ein Demospiel ist, ich möchte gerne den Zauber jetzt hier auf dem ersten Level lernen. Das heißt, dazu muss ich jetzt drei Materien der entsprechenden Farbe haben. Für Farbenblinde auch sehr schön mit dem entsprechenden Symbol im Hintergrund gekennzeichnet. Einen davon lege ich jetzt hier drauf. Manche zeigen, okay, ich habe den auf dem Level gelernt. Die anderen lege ich hier in den Vorrat zurück. Jetzt habe ich zum einen drei Punkte am Spielende freigeschaltet. Und jetzt kann ich morgens auch immer zwei Steine einer beliebigen Farbe nehmen, wenn sie so eine Kreisruhne haben. Das ist jetzt gerade doof, weil das ja einfach nicht der Fall ist. Aber für die Zukunft bin ich da schon mal ganz gut gewappt mit. Jetzt kann ich aber nicht mit mehr, ich hoffe es ist blau, ich bin leider immer noch absolut rot-grünblend, mit mehr blauen Steinen kann ich jetzt nicht nur die anderen Fähigkeiten lernen. Hier habe ich jetzt diese Fähigkeit gelernt, außer vielleicht irgendwas anderes, wie hier zum Beispiel dieser weiße Zauber, die Zeitreise, erlaubt es mir einen Zauberspruch nach nachträglich aufzuwerten. Das heißt, jetzt habe ich halt morgens mir hier einen Stein genommen. Zwei hatte ich schon zufällig am Spielbeginn. Einen hätte ich hier lagern können, habe ich nicht gemacht. Und abends habe ich einen Zauber gelernt. Ich habe also drei Ressourcen abgegeben, um diesen Zauber zu lernen. Ich hätte auch drei beliebige aus meinem Vorrat mit der gleichen Rune drauf abgeben können und damit einen zu ersetzen, quasi einen virtuellen Joker zu haben. Und da ich jetzt den Solo-Modus spiele, muss ich jetzt noch einen dieser Steine hier auf die Tafel meines virtuellen Gegners legen. Und jetzt fülle ich hier auf sieben Steine wieder auf. Und das ist eben auch so, wenn man das Spiel mit mehr Personen spielt, dann liegen hier am Anfang fünf Steine. Ich fülle immer auf fünf wieder auf. Wenn hier fünf oder mehr liegen, lege ich nur einfach einen dazu. Und sobald hier zehn Stück liegen, kommen die alle hier in den Vorrat und es wird einmal wieder aufgefüllt. Das heißt, jetzt ist ja meine nächste Runde. Ich könnte entweder die Standardaktion machen oder eine der gepimpten Aktionen. In dem Fall nur die hier. Ich dürfte mir zwei dieser Runden nehmen. Da liegt jetzt leider nur eine von. Also kann ich überlegen, ob ich entweder eine hier nehmen möchte, weil ich jetzt schon plan habe, welchen Zauber ich als nächstes lernen möchte. Oder ob ich sage, nö, ich nehme einfach mal zwei hier draus. Und das ist euch sicher auch schon aufgefallen. Die Runen hier, das sind ja normalerweise immer so Pappplättchen. Aber wir leben ja einfach auch schon in der Zukunft des Brettspiels. Da kommen Spiele auch schon gepimpt raus mit gleich solchen Acryl-Token. Die muss man sich sonst... Also normalerweise, wenn man die halt irgendwie im Board-Game-Store oder so kauft, dann zahlt man da richtig Geld für. Meistens genauso viel, wie das Spiel gekostet hat. Das ist schon auf jeden Fall ein sehr cooles Upgrade. Jetzt habe ich halt die beiden Steine gezogen. Jetzt kann ich überlegen, ob ich davon gleich einen hier lagern möchte. Und ich könnte sagen, okay, ich lagere vielleicht einfach mal den... Na, ich lagere mal den gelben hier. Dann habe ich auch keinen von hier genommen. Das heißt, ich habe jetzt am Morgen zwei Steine hier gezogen. Am Mittag einen hier gelagert. Und am Abend muss ich jetzt einfach einen Stein hier einlagern. Da könnte ich zum Beispiel sagen, ich lege den hier hin. Dann würde ich gucken, hier liegen jetzt eben nur zwei, vier, sechs Steine. Also würde ich einfach mit einem zufälligen hier auffüllen. Leider Pech, ich kann meine Spezialfähigkeit nicht nutzen. Das heißt, ich wäre schon wieder dran und könnte jetzt eben wieder gucken, was ich mache. Und ich würde in dem Fall vermutlich, weil hier auch kein Schwarzer liegt, einfach wieder zwei Steine hier aus dem Beutel ziehen. Habe jetzt halt ein bisschen Pech, weil das keine Schwarzen sind. Es gibt sieben verschiedene Farben und es gibt jeden Stein 15 Mal. Das heißt, da kann man auch schon so ein bisschen planen, wenn man hier reinguckt, wie hoch die Chancen sind, bestimmte Farben überhaupt zu bekommen. Das heißt, jetzt könnte ich auch sagen, okay, keine Ahnung, worauf ich gehe. Blau habe ich ja schon. Vielleicht hier auf dieses Orange, wo ich einfach einen Stein ablege, um neue Steine ziehen zu können. Also würde ich jetzt für den Gegner quasi einfach hier so einen Stein hinlegen. Und dann wäre es das auch schon wieder. Das heißt, hier liegen sechs Steine. Ich würde jetzt wieder einen auffüllen. Und dann könnte ich sagen, okay, ich versuche jetzt einfach mal hier mir die Orangenen zu holen. Das heißt, ich habe jetzt auch den. Also zwei habe ich schon mal. Dann könnte ich die Fähigkeit lernen. Vielleicht möchte ich auch gleich auf einer höheren Fähigkeit lernen, um halt die Punkte zu bekommen. Also sage ich, den habe ich ja schon gelernt. Den lege ich hier mal in mein Lager. Ich bekomme ja nur sehr wenig Punkte. Er bekommt hier relativ viele Punkte. Aber ich bekomme ja auch noch immer für meine Zauberpunkte. Und er bekommt halt nur dafür Punkte. Das heißt, ich muss mir wieder überlegen, welchen Stein lege ich da hin. Und jetzt bin ich hier auf diesem Altarfeld angekommen. Das heißt, ich nehme den Altar, lege ihn hier hin und fülle dann einfach sieben komplett neu auf. Was für mich natürlich ganz gut sein kann. Jetzt habe ich hier halt diese sechs. Und da ist der Orangenen, den ich brauche. Das heißt, ich habe immer natürlich die Option, hier raus zu ziehen. Dann kriege ich zwei statt nur einen Marker. Aber ich möchte ja einfach diesen Stein hier haben. Also nehme ich den jetzt. Ich kann wieder meine Spezialfähigkeit nicht nutzen. Die Steine sind anscheinend ein bisschen seltener. Deswegen nehme ich jetzt einfach den hier. Jetzt könnte ich sagen, mittags möchte ich gerne diesen Stein lagern. Und abends könnte ich jetzt das hier, ja, das ist natürlich eine ganz gute Synergie, wenn es mal triggert. Aber ich darf immer nur eins davon benutzen. Also könnte ich jetzt die hier abgeben. Lege einen davon hier hin. Und habe jetzt schon mal am Morgen zwei verschiedene Fähigkeiten, von denen ich mir aussuchen kann, welche ich gerne benutzen möchte. Und das war halt die Abendsaktion, wo ich einen Zauber lernen kann. Jetzt kann ich wieder einen Marker hier hinlegen. Jetzt habe ich schon mal 16 Punkte. Ich bin gerade bei vier. Und drei sind also sieben. Es gibt auch manchmal so Karten ohne ein Symbol. Die haben in der Regel einen einmaligen oder einen andauernden Effekt. Das heißt, jetzt würde ich hier wieder auffüllen und einfach zwei Steine da hinlegen. Und dann dann überlegen, was ich jetzt mache. Ob ich mir hier einen Stein nehme. Ob ich, ich könnte jetzt natürlich diese Aktion hier machen. Dann könnte ich sagen, okay, ich nehme einfach die beiden hier am Morgen. Dann lege ich den hier am Mittag hin. Und am Abend mache ich nichts. Ich habe auch die Abendaktion hier noch nicht freigeschaltet. Also würde ich jetzt wieder für ihn einen Stein hier hinlegen. Das heißt, die ganze Runde ist auch auf jeden Fall limitiert. Würde eben wieder auffüllen mit den drei Geschichten. Und jetzt könnte ich halt schon mal gucken, natürlich, auf was ich hier gehen möchte. Ich habe jetzt einen grünen Stein. Da dürfte ich einfach auf Level 1 quasi einen Stein aus meinem Vorrat mit dem Altar tauschen. Das heißt, ich kann mir einmal morgens einen nehmen. Ich kann, wenn ich mehrere habe, die ich vielleicht nicht brauchen kann, dann kann ich nochmal durchtauschen, dass ich eher die Steine habe, die ich brauche. Und auf Level 2 dürft ihr es zweimal machen, dreimal machen. Setzt natürlich auch voraus, dass ich das im Vorrat habe. Das heißt, das möchte ich vielleicht irgendwie relativ früh lernen und gar nicht so spät. Hier dürfte ich vier Steine einer Farbe lagern. Das heißt, wenn ich hier vier Steine habe, dann könnte ich mit einer Aktion am Mittag vier Stück hier reinbringen. Das kann natürlich auch gut sein mit irgendwelchen Kombinationen, wo ich hier vielleicht vier ziehe. Da kriege ich auch sechs Punkte für. Hier dürfte ich einmalig sofort zwei Steine ziehen, drei Steine ziehen, vier Steine ziehen. Hier ist es halt auch wichtig, welchen Marker ich dorthin gelegt habe. Also angenommen, ich habe das jetzt hier mit gelernt, dann steht hier halt, erzeuge zwei freie Materia, also ein Joker, mit je einem Materia mit dieser Rune drauf und lerne je einen Zauber. Heißt einfach, wenn ich in meinem Vorrat diese beiden Geschichten hätte, dann müsste ich ja normalerweise drei Steine, egal welcher Farbe, mit der gleichen Rune eintauschen. Hier in dem Vorrat gegen einen virtuellen, jetzt zum Beispiel in grün. Und hiermit könnte ich jetzt halt einen mit dieser rechteckigen Rune eintauschen, gegen zwei Materia, halt in einer beliebigen Farbe. Also könnte ich sagen grün. Und hier könnte ich das nochmal machen. Also sehe ich jetzt fünf Steine zur Verfügung. Das heißt, ich könnte jetzt am Abend danach eben noch einen Zauber lernen. Also könnte ich jetzt schon den einfach lernen. Und das ist jetzt natürlich eine coole Synergie, eine coole Engine, die so ein bisschen getriggert hat. Das möchte man natürlich in dem Spiel. Und jetzt habe ich ja die Fähigkeit am Mittag. Das heißt, statt hier einen Stein zu lagern, könnte ich drei irgendwie eintauschen. Und so versuche ich halt nach und nach mir Kombinationen zu bauen, wo ich dann möglichst effizient viele Sprüche lerne, hohe Punkte bekomme auf den Sprüchen oder hier mein Lager ganz schnell voll mache, bevor meine mitspielenden Personen das eben auch voll haben. Und hier beweist schließlich, es ist noch eine Zeitreise. Da kann ich abends einfach so eine Ressource, die ich hier im Vorrat habe, ablegen, um einen anderen Zauber um eine Stufe aufzuwerten. Das heißt, wenn ich den hier hätte, könnte ich jetzt abends sagen, statt einen neuen Zauber zu lernen, möchte ich gerne das in den Vorrat tun, um hier mal einen hoch zu gehen, um dann auch diese Dreiecke abgeben zu können, um vier Steine morgens ziehen zu können. Das ist natürlich auch schon sehr mächtig. Wie gesagt, diese Spielhilfe, da steht im Prinzip alles drauf, was ihr braucht, um dieses Spiel zu lernen und zu können. Immer nur neue Materie haben, die Morgensaktionen, Mittagaktionen, Abendaktionen, dass man die Blitzeffekte sofort ausführt, was hier auf dem Altar passiert, wann ist das Spiel zu Ende. Die Zaubersprüche sind auch eigentlich alle relativ selbsterklärend, aber trotzdem ist hier in dieser Anleitung einfach jeder Zauberspruch auf jeder Stufe nochmal genau auch in Textform erklärt. Auch nochmal mit zusätzlichen Hinweisen dabei. Und wir sehen hier auf der letzten Seite, zusätzlich zum Solo-Modus, auch nochmal besonders wichtige Regeln. Da sollte man sich vielleicht erst ein, zwei Mal nochmal durchlesen, weil man dann merkt, ich darf nur neun Ressourcen beim Vorrat haben, gar nicht so viel, wie ich möchte. Oder dass man eben drei Materien nur mit derselben Rune ablegen kann, um eine freie Materie zu erzeugen, wenn man einen Zauber lernt und nicht für irgendwelche anderen Effekte. Und da stehen halt so wichtige Sachen drauf, die man auf jeden Fall wissen müsste. Und jetzt wisst ihr auch, wie das Spiel funktioniert. Und man muss sagen, es ist natürlich ein Engine-Builder. Manche würden sagen, auf Familien-Level. Es ist wahrscheinlich eher ein unteres Kennerniveau. Und das funktioniert schon. Es ist aber natürlich relativ eindimensional, weil ich habe hier bei den Karten natürlich schon gewisse Synergien. Aber was ich im Spiel mache, ist natürlich immer mir Ressourcen holen, Ressourcen holen, Ressourcen holen. Und da ist halt sehr viel Zufall drin, weil hier liegt zufällig das, was ich brauche. Oder es wird zufällig das nachgezogen, was ich brauche. Oder ich ziehe zufällig aus dem Beute genau das, was ich brauche. Oder ich habe vielleicht die Farben gezogen, wo ich die Sprüche schon habe. Oder wo ich irgendwie ganz weit davon entfernt bin, jetzt irgendwie mir was aufzubauen. Und da muss ich auch gucken, dass ich irgendwie 3 zu 1 tausche, wobei das irgendwie ein schlechter Kurs ist. Noch bei relativ vielen Spieleffekten hier. Was ich da ziehe, ist eben auch zufällig und mit dem Altar tauschen können. Das muss dann auch zufällig passen. Also das ist, wie gesagt, jetzt nicht das mega anspruchsvollste Spiel. Aber das macht schon Laune, durchaus hier zu gucken, wie sind da so die Interaktionen bei den Zaubersprüchen. Und eben auch, dass man dann hier noch Level-2-Sprüche hat, die schon nochmal anders funktionieren. Wo ich dann hier jetzt eben auch bei Blau zum Beispiel keine Nachtaktion mehr habe. Und hier Gold ist in der Regel halt selten eine Aktion. Aber dann kann man hier eben gucken. Weiß ist in der Regel auch so eine Abendaktion, die mir aber hier unten auch gar nichts bringt, außer Punkte. Hier kann ich Zauber auch wieder abwerten, um dafür irgendwas anderes Tolles zu machen. Und die Level-3-Fähigkeiten sind natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, wo man auch gucken muss, wie spiele ich die jetzt am geschicktesten. Und wenn ihr halt ein paar Partien gespielt habt, dann könnt ihr natürlich auch das einfach bunt mischen. Und dann kommen da durchaus auch interessante Kombinationen raus. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, damit das Spiel auch langfristig interessant bleibt, zumindest für mich, dass es da noch irgendwie irgendwas gibt, wo man noch drauf spielen muss. Irgendwie ein Modul, wo ich noch irgendwie mit den Ressourcen was anderes mache. Oder noch eine neue Ressource oder neue Karten hat, dazu kommt. Erweiterungen dafür schreiben sich natürlich von alleine. Einfach noch mehr Karten reinbringen, die noch ein bisschen leicht andere Effekte haben. Das ist, glaube ich, relativ problemlos machbar, weil die Effekte jetzt auch nicht so komplex sind. Aber irgendwie irgendwas mehr, das muss gar nicht viel mehr sein, aber irgendwas, was noch so einen kleinen Kniff reinbringt, außer dieses, okay, morgens ich ziehe hier irgendwie zwei Ressourcen und dann gucke ich, okay, die brauche ich nicht, die lagere ich jetzt hier ein. Und dann lerne ich irgendwie vielleicht einen Spruch und aktiviere jetzt irgendwie die Fähigkeit, wenn ich das irgendwie kann, weil ich dann die Ressource hier abgebe, um dafür irgendwie drei Gelbe zu lernen und damit dann nicht mal den Spruch, doch den Spruch kann ich dann lernen. Dann würde ich hier sofort wieder zwei neue ziehen, muss wieder gucken, was kann ich damit anfangen am nächsten Tag. Und wie gesagt, Spieleinteraktion ist eigentlich nicht vorhanden. Klar, es ist ein Wettrennen. Wer zuerst sieben Sprüche gelernt hat, beendet einfach das Spiel oder wer zuerst hier sein Lager fordert, beendet auch das Spiel. Aber das macht der Solo-Modus quasi auch. Der geht hier mal voran, macht halt auch richtig viele Punkte, wenn er es zu Ende bringt. Dann ist es schon sehr schwer, ihn zu schlagen. Und ob ich das jetzt alleine spiele oder nicht, ist eigentlich fast egal. Klar, natürlich wird jetzt der geneigte Vielspieler sagen, aha, ja hier kann ich ja ganz gemein gucken, was der andere gerade so sammelt und ihm dann die entsprechenden Runen wegnehmen. Wenn das eine Interaktion ist, die einen zufrieden stellt, dann ist das vollkommen okay. Und das ist auch überhaupt nicht wertend gemeint mit der Interaktion. Es gibt Leute, die sagen, ein Spiel ist gar nicht interaktiv, ist ja voll doof, spiele ich ja nur für mich. Und andere Leute sagen, ja, das mag ich. Ich mag es schon irgendwie mit meinen Freunden, mit meinem Partner, meiner Partnerin zu spielen. Und wir bauen uns einfach jeder was auf, suchen hier tolle Synergien und wir sabotieren uns nicht. Wir haben keine Take-Z-Karten, sondern wir gucken einfach, wer kriegt das effizienter, schneller hin. Und das sind halt einfach unterschiedliche Philosophien, die man beim Spielen hat. Wenn Leute jetzt nur Error-Control-Spiele mögen, dann wird die das hier vielleicht nicht so abholen. Aber andere Leute sagen auch, Error-Control-Spiele ist jetzt irgendwie doof. Ich mag lieber sowas, wo ich hier gemütlich vor mich hinpuzzle. Und damit habt ihr eigentlich einmal alles gesehen, was es bei Spellbook so gibt. Wie gesagt, normalerweise liegen hier nur 5 Ressourcen, es wird immer auf 5 aufgefüllt. Sobald hier 10 liegen und noch eine dazukommen würde, wird halt das Board abgeräumt und dann hier den Vorrat gelegt. Wenn der Beute hier leer ist, dann kommen die auch eben wieder in den Beute und dann geht es eben einfach weiter, bis einer bei 7 Zaubersprüchen ist oder sein Lager voll hat. Je nachdem, welche Zaubersprüche ausliegen, kann es ein bisschen dauern. Es hängt auch ein bisschen von der Strategie der Leute ab. Ich bin zum Beispiel jemand, der halt immer sagt, okay, ich muss halt schon einige Partien verlieren, bevor ich anfange, nicht immer gleich auf den höchsten Zauberspruch zu gehen, auf Level 3, weil die sind ja meistens am besten. Aber man wird dann schnell merken, okay, es macht schon Sinn, bei manchen Zaubersprüchen auf Level 5 zu gehen. Aber bei allen, dann wird man die Partien in der Regel verlieren, weil man will schon irgendwie tolle Synergien, tolle Effekte haben. Aber jetzt auch vielleicht bei zwei Morgensprüchen am Anfang auf Level 5 zu gehen und dann am Mittag und am Abend halt keine sinnvollen Aktionen machen zu können, nur die Standardaktionen zu machen, ist auch ein bisschen doof. Wie gesagt, da macht man relativ oft das Gleiche. Es fühlt sich sehr samey an, aber das ist durchaus was, das glaube ich einigen Leuten gefallen wird, gerade so auf diesem, sage ich mal, etwas leichteren Kenner-Level. Und dann war es das von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt ihm sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Schaut auch morgen ins nächste Video wieder rein. Das war es von mir. Bis bald. Und tschüss. Bis bald.